Salvador hat uns befragt, wie die nächsten Schritte aussehen könnten und wir haben im Moment drei Antwortmöglichkeiten. Ich könnte den zweiten Datenkristall suchen und... Bei einer Kletteraktion in den Totspringen? Wir haben schon einen Piloten verloren. Es gibt sicher einen anderen Weg nach unten. Ich könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. Von wem? Denn hier ist doch keiner. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Also das heißt, wir nehmen die Sonde. Und die haue ich jetzt einfach... Wir brauchen aber noch einen Bohrer. Da. Nehmen wir doch den so lange. So, jetzt gehen wir mit dem Bohrer. Dann noch... Oh je. Ich hoffe, das klappt. Oh! So möchte ich jetzt demnächst auch meine Bilder aufhängen. Ist ja easy. Verdammt! Du hast sie doch nicht fallen lassen. Nein. Alles in Ordnung. Arbeite weiter, Mensch. Und jetzt? Ah ja. Okay. Oh Gott. Ich muss das Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. Ach du Hörbe. Ah! Nigel? Das hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Ich habe Nigel gesehen. Hinter der Wand. Er lebt. Das war bloß ein Hirngespinst. Aber er... Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Wir müssen ihm helfen. Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen. Er lebt. Und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Geh schlafen. Tja, wie kommen wir jetzt da durch? Kannst du da durchgucken? Das wird nicht. Es ist viel zu tief und zu dunkel. Das wird nichts. Es ist viel zu... Und jetzt? Kannst du eine Lampe holen und da durchbohrsteln? Der Bohrer war viel zu schwach, um mich durch die Wand zu schießen. Konnten Sie ihn nicht aufmotzen? Ja, aber sowas ist nicht einfach. Wenn du mich also bitte weitererzählen lassen würdest... Batterie, Batterie. Ja, Batterie. Die Bahn. Nein, nehmen. Ich kann die Batterie nicht einfach so in den Bohrer stecken. Kabel... Mit diesen Geräten kann man die Daten... Kann ich nicht irgendwo Kabel abmontieren? Oder funktionieren sie nicht. Kannst du unser Gerät wieder auseinander bauen? Die Schaufel... Nee, das ist ja ein Seil. Das ist ja kein Kabel. Ich brauche ja ein Kabel, um das zu verbinden. Kannst du das, die, da, die... Achso, geht nicht mehr. Okay. Ich brauche von irgendwo ein Kabel. Ach, guck mal. Jetzt kann ich auch hoch. Der hat doch bestimmt ein Kabel für mich. Laser. Klappt alles? Naja, der Farbmodulator macht mir immer noch Sorgen. Das Licht kippt leicht ins Rötliche. Ich habe Angst, dass mir der Aufbau so in Kürze den Tisch durchschmort. Huch! Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Das ist ziemlich kompliziert. Ich muss erst den Modus richtig einstellen. Ich schaue das aber auch gar nicht zu. Oh, nee. Sorry. Eintragen, auflösen, ausrechnen. Ein kleiner Fehler und das Raumzeit-Kontinuum platzt. Na, okay. Vielleicht machst du das doch lieber allein. Ja. Aber danke für das Angebot. Oh, das ist ja wirklich nett. Ich helfe, wo ich kann. Ich brauche deine Hilfe. Ja, 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 ja. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasma-Bohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow. Das ist gefährlich. Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich passe schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen. Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt. Und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Okay, er ist ein Farbmodulator. Sobald das nicht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Nigel lebt noch. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm. Und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Danke. Ich komme schon klar. Wir müssen ihn mit dem Teil dahin. Ja, er braucht irgendwas, damit es blau bleibt. Wie wäre es mit Alkohol? Dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben... Da liegt doch was Blaues. Wie so oft. Alles nur eine Frage der Technik. Sind dir die Sachen im Weg? Soll ich sie wegräumen? Danke, aber ich brauche die Sachen später noch. Klicken wir nochmal auf das Ding, auf das Leserdingbums da auf dem Tisch. Justieren. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Blau ist ja zwar nicht so aggressiv, aber immer noch weit weg von wirklich angenehm. Die lag unter deinem Schlafsack, Bärwin. Wie ist die denn da hingekommen? Du kannst sie haben. Danke. In der Zeitkapsel ist aber auch nichts wahr. Kannst du auch nicht... Das ist alles nur Ausrüstung. Ausrüstung, Blazer, Delvin, Zeitkapsel. Er braucht irgendwas Blaues. Damit es blau bleibt. Ich dachte, er braucht aber auch was. Achso, ja, so war es eine Membran. Aber das lag doch da oben. Das war doch schon gut, was du da gesehen hast. Du bist das aber leider nicht zu benutzen. Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, was? Ja, es ist eine Motte. Ja, es ist eine Motte. Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. 2.54 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phoenix Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot. Wurden gerettet. Von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. Grübel, grübel, grübel. Oh, iiih. Hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Fin. Fin. Vielleicht Kakerlaken. Sie ist zugefroren. Da sind nur Delvins Pflanzenproben drin. Da oben so ein Deckel mit Vorratsdosen und irgendwas so. Nerv. Das ärgert mich ja schon wieder. Das jubelt doch nicht. Geh mal nochmal rum. Dann musst du da auch was geben. Ah. Ich wäre dann soweit. Alles klar. Ich komme gleich nach. Aber ich fürchte, da muss noch einiges passieren, bevor wir hier wegkommen. Wenn wir hier jemals wegkommen. Das haben wir schon den ganzen Abend gemacht. Da ist nichts mehr und ich will nicht mehr. Da liegt es doch. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Strom. Oh, nee. Also die Koffer hier vorne kannst du auch nicht aufmachen. Nee. Nur wegräumen. Und das will er ja nicht. Okay. 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 Kannst du die nochmal ansprechen? Brauchst du Seife? Na danke, Faye. Das fehlte mir heute noch. Was? Mann, no. In der Bibliothek ist auch nichts Blaues. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oder meinst du, da soll eine Leuchtstoffröhre da prüfen? Es scheint immer noch zu halten. Ich würde gerne so eins nehmen. Aggressiv, eklig, laut und unruhig. Kannst du, kannst du noch auf den, auf den, wo das vorhin dran gemacht war, das Scharnier nehmen. Das Scharnier, ja genau. Ich kann auch hier nicht mehr runter. Ich kann auch da nicht hoch, ich kann nur noch da hin. Wir brauchen sowas wie eine Membran. Ja, irgendwas, wo der Laser durchscheint, was blau ist. Hat er blaue Augen? Hier kann ich ja auch nicht hin weiter, da ist ja auch alles weg. Warte mal, Loch. Loch, Loch, Loch. Was? Was? Loch, Loch. Das sieht ganz schön tief aus. Oh. Dann wollen wir mal. Und die macht das? Egal, was du da versuchst. Du lässt es bleiben, Madame. Wieso? Weil ich nicht will, dass du das ganze Gebäude zum Einsturz bringst. Oh, Scheiße. Und so ein, so ein, ach so ein Lesegerät bringt aber auch nichts. Nee. Leider funktionieren sie nicht. In dem Koffer ist auch nichts mehr. Da kann ich nichts mehr mitmachen. Bücher bringen nichts. Erzählen Sie mir nichts. Für sowas sind Sie doch viel zu schwach. Das weiß ich selbst. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht. Scheiße. Aber ich glaube, bevor ich jetzt hier noch ewig weiter rumsuche, überlasse ich in der nächsten Folge dir einfach das Feld. Und wir machen hier erst mal Schluss. Wir schauen einfach mal an die nächste Folge. Genau. Also, bis dann. Bis dann.